hallo und herzlich willkommen zurück zu lego fortnight maxi das verbrenn dich nicht wir haben jetzt hinten fünf reihen 12345 reihen von den schubsaftbeeren hier sollen hin mais also ich mache mal drei reihen mais für die ihr futter und das ganze wird hier dann hier hergestellt also da kisten und da kriegt keine zwei hin wenn ich den ich stelle den dahin und mach hier zwei kisten nennen lassen hier zwei kisten in wahrscheinlich wieder nicht weil sie zu groß sind dann kommen hier die ranken die brauche ich für tierfutter und ich brauche mais für tierfutter weißkörner habe ich genug kommt dahin und den grill da setze ich den hin hinter die theke hier so hin mein es ist ein imbissbude da kann der grill ruhig an der wand stehen so dürften das ja nicht benutzen können es hierhin geht ja dürften sie nicht benutzen können dürfen auch den grill hinstellen ja kann ich machen so dass ich noch da hinten rankommen ich komme daran ich komme daran ich komme daran das ist doch gut kann der bürger ne machen wir nicht tierfutter mais und ranken maiskörner habe ich am start ja ok holzstäbe brauche ich gerade nicht maiskörner und ranken mais raus banken raus reinpacken so bekomme ich zwei tiernahrung raus immerhin eigentlich muss den personal ausgang benutzen so dann gehe ich mal gucken ob unsere erde fertig ist das tut mir echt leid dass es hier immer regnet so wie sieht es aus 33 sind drin neun dünger drei erde das ist nicht viel also 18 erde will habe ich fünf das brauche ich noch 13 erde ich werde noch mal ein bisschen schaufeln gehen tische und stühle fehlen hier noch noch mal zu ne nicht strand grasland so hier neun 18 13 17 18 so ich kriege maiskörner raus wenn ich hier buddele auch coole sache so dann eigentlich da da das zeug na aber gehen immer fünf in einer reihe ne so naja warte ich mach den zuerst was denn hier passt dann warte kann ich noch ja gut weiß noch nicht wenn man den mais da ist meist drin jetzt da ist meist drin hier nicht ob wenn man den abernte dann hier die pflanzen stehen bleiben so wie bei den schubsaft dingern oder nicht wenn ja dass ich halt immer mais auf reserve haben um samen zu machen aber ich glaube ja ich brauche halt noch dünger wo ist das huhn huhn dünger da das produziert ja selber keinen dünger nee ich kann die eier schon mal rausnehmen so schöne wetter schön wetter moment mal sekunde wollte ich schnell ein bild machen hier von meinem dörrburger in der sonne jetzt regnet es wieder ist hier kein regen wenn ich hier bin hier bin hier ist schön wetter komm gehe ich raus will hier ein bild machen regnet es da nicht normal da ich mache jetzt so ein bild dörrburger so ok dann kann es weitergehen was wollte ich machen und die machen sand habe ich die eier wollte ich zurückbringen eier mehl und schubsaft bären war das so aber noch nicht mal gucken oder kuchen eier mehl an die milch eier mehl und milch die schubsaft bären brauchte ich für schubsaft bären samen hier macht das mal die wir jetzt hingetan weiskörner die nicht rausgenommen habe ich nicht weil hier kommt immer nur eins raus sollte es aber es kommen zwei raus warum auch immer wir gucken ob wieder dünger da ist ja wir haben wir haben erde 17 erde dauert noch ein bisschen hier ne dann könnte ich hier unten sogar weizen anpflanzen auch nicht verkehrt so das wären die drei reihen die brauche ich ja nicht so oft ich glaube er sammelt das doch auch lasse ich die mal da drin so wenn ich den jetzt hier einsammel das habe ich befürchtet dass ich nämlich nur den mais rausbekommen und die den samen nicht ne mais und ranken bekomme ich raus ich brauche nie mehr rankenfarm glaube ich so der hast du schon irgendwas für mich mit was hat er sich jetzt bedankt okay mit fünf schubs schubbären und ein mais ne oder mit was hat er sich sonst bedankt mit einer ranke ich weiß es nicht halt der bediensteneingang da okay da sind zwei drin ranken na gut und mais ne aber ich brauche mal zwei mais ne drei mais sogar okay ne den nehme ich nur mal raus außerdem muss ich äh mais samen machen und dann kann ich noch ein paar felder setzen da ist alles ein bisschen tricky wie ich das hier mache so und jetzt fehlt mir ja erde okay kein problem ich krieg ja auch mais raus ne kürbiskern oh man den hab ich jetzt nicht gebraucht maiskorn imbeersamen das ist total unnötig ok weizenkorn kann ich einsortieren ja wir sind maiskörner samsung hat mal wieder ein neues ne warte war hier drin update hm schubsaft wo kommt das ding der schubsaft bären ähm weizenkorn kommt ne weizenkorn nicht ne ähm warte weizenkorn müsste hier hin ah himbeer und maiskorn äh himbeer packe ich hier mit drin und kürbiskern auch ja okay mach mal hier nein ich will nicht mit der reden ich will das malwerk benutzen geh weg hm nicht maiskorn kann ich das überhaupt machen ne kann ich nicht aber das kann ich machen ne so mach ich die mal fertig die fünf ich packe das was ich schon hab hier hin nicht maiskorn schubsaft bären samen so ähm mehl kann weg hm ok geht nur bis 30 drei dünger hätte ich noch wir können ja mal gucken ähm wollte ich das hier oben machen ähm ja wollte ich aber ich wollte daran mhm so e neun stück kann ich machen neun stück ne das war fertig sehr gut und hier wollte ich weizen einsetzen ne und das war's kein dünger mehr weizenkorn eins uh da mach ich noch ein paar mehr nicht mehl weizenkorn was wird ändern kann ich ja immer voll durchballern da kommen drei raus da kommen doch zwei raus ne 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 die weizen kann ich immer voll ballern lass mal durchlaufen haben wir ein paar die pflanze ich noch ein ach geh weg so das wäre hier dann wird hier weizen gemacht sehr gut ne ne nicht mais weizen 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 maiskorn brauche ich nicht mehr ne 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 zum 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 hühnchen nimm die mal dann mache ich das voll da hinten denn meistens pack dich weg nicht da sondern hier dass ich den aus versehen irgendwie wie ein pflanze wo er nicht hingehört dann muss ich nämlich alles wieder abreißen das wäre nicht gut sie lassen der steht immer überall rum ich habe dreimal meist ja ja ist in ordnung so ja mache ich dann gehen wir noch kurz gucken ob da oben ja ein bisschen dünger drin ist auch kein wunder ich habe ja nichts reingeworfen was kann ich denn einwerfen was tierisch ist die fünf federn geht es mit federn da geht fünf dünger raus käme brauche ich noch ich brauche noch genau 1 2 3 5 also wenn fünf raus kämen wäre super 14 weizen ich brauche nur fünf ich mache das mal durch und mache dann aus dem zeugs hier bis auf fünf mache ich mal dann noch mail so fünf sagte ich ne aufteilen und dann packe ich die mal dahin und aus dem zeugs hier nehmen mache ich mail 60 rein nur 50 dann hat sich das erledigt ja das hohen ist draußen ich hätte gerne dünger nun für reingekackt nee warum nicht was wio kommen das will ich doch heute noch fertig bekommen 21 ja gut die dinger ne okay dann warte ich hier kurz bis das durch ist genau fünf hätte das gedacht nämlich wedern gibt nur dünger 1 zu 1 wir merken uns das so noch einmal und dann sind wir auch schon wieder durch heute es waren nur drei es waren nur drei okay gut gut wir brauchen relativ viel also mache ich vielleicht jedoch noch zwei hin so sind die richtig sind so sehr gut und zack und zack so perfekt dann bedanke ich mich für das zuschauen wir sehen uns morgen nochmal hoffentlich dann nicht so warm bis dahin gehabt euch gut und tschüss